. Martin Smolinski und Robert Barth schaffte es an diesem Ostersonntagabend 2003 endlich wieder einmal eine deutsche Mannschaft aufs Treppchen zu kommen. Wenn auch nur als Dritter. Doch die Freude bei den Zuschauern und auch bei den Fahrern war riesengroß. Die Deutschen freuten sich riesig über ihren dritten Platz und die erkämpften 48 Punkte. Vierter wurden mit 41 Punkten die Tschechen, vor den Italienern mit 25 Punkten. Sechster mit 22 Punkten waren die Österreicher. Und während sich schon etliche Fahrer auf der Heimfahrt befanden, da schrieb der Martin immer noch Autogramme im Stadion. Er war ein starker Fahrer ins WM-Filale nach Schweden zu kommen. Das brachte ihm viel Sympathie bei den Zuschauern an, sodass auch die polnische Spielballfans von ihm Autogramme haben wollten. Die Sensation war perfekt. Nach über 10 Jahren gewann wieder ein Deutscher bei einem WM-Lach. Ja! 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 Engländer Steve Boxl wurde Zweiter. Nach vorne alles weg, bitte. Hobi Kroner wurde trotz einer Disqualifikation noch Dritter und war mit Martin Smolinski für das Semifinale in Wiener Neustadt qualifiziert. Leider schieden Hans-Jörg Müller und Reni Schäfer aus. Und dann spritzte der Sekt, dass es eine wahre Freude war. Denn nass waren ja sowieso schon alle. Und der Johannes begab sich in Sicherheit. Prost, Westi! Rettung von Rotomami in der Jungs hatte den Fall gespielt. Und der Mann schießt auf den Schräg auch mal. Ich möchte mal als Züger schreien. Mach doch mal! Die Holiday-Man hat es gesehen! Die hat mich selber in den Vorläufen einen Hinglick. Die Vorläufe an die ich der Fortange sagen nicht mehr so viel. Im Halb Finale war es gut. Im Finale habe ich ein paar Fahrfehler gemacht. Als die anderen Fahrer schon längst im Fahrerlager ihre Sachen für die Heimreise packten, blieb der besonders bei der Jugend beliebte Smolinski in der Menge. Und gab Autogramme. Das ist die beste Werbung für diesen Sport. Denn das sind die Zuschauer von morgen. Sogar ein alter Brandenburger ist stolz auf einen jungen, bayerischen WM-Sieger. Der Martin wäre für so manche Firma, die mit ihren Produkten die Jugend ansprechen will, ein hervorragender Wehrbeträger. Die Bilder sprechen für sie. Links im Bild die zweitplatzierten Dänen Nils Christian Ibersen und Henrik Müller. Geh mal da runter. Anschließend wie immer die Autogrammstunde von Martin Smolinski, dem Liebling aller Zuschauer. Besonders die Kids mögen ihn. Dich umringt von seinen Fans. Und er hat immer Autogramme und Poster mit dabei. Sogar seine Kappe musste er beschriften. Hallo, der Junge hat einen. Alle Fahrer waren schon im Fahrerlader und räumten schon zusammen. Nur der Martin stand noch inmitten vom Stadion und schrieb sich die Fingerbund für seine Fans. Danke, Fans. Und auch das Fernsehen musste lange warten, um ein Interview von dem Superstar zu bekommen. Und auch der Martin freute sich über diesen hart erkämpften Sieg. Dazu gehört natürlich, wie immer, ein Willi. Die kleine Lisa bastelte für ihren Martin eine Kette aus Gänseblümchen. Die deutschen Fahrer führten zu diesem Zeitpunkt vor Polen. Doch dann wurden sie zu übermütig. Michael Hertrich stürzte. Es sah gefährlich aus, verlief aber glimpflich. Gott sei Dank. Bekamm der Martin von seiner kleinen Verehrerin, der Lisa, eine selbstgemachte Blumekette überreicht. Dankeschön. Der Smolli dachte trotz Schmerzen schon ans nächste Rennen und grüßte seine treuen Fans. Mit so einem Riesen-Dramat. Wurde noch nie ein deutscher Meister im Olschin geehrt. Martin Smolinski. Gas! 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 Ja! Gas! 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 Open 2007. Die Zuschauer waren begeistert von den spannenden und fairen Rennen und auch von ihrem Lieblingsfahrer Smolli, der hier noch einmal Review macht. Sowohl mit den Fans oder auch mit Manuel Hautzinger. Der freut sich. Als die meisten Fahrer schon im Fahrerlager einparkten, wurde der Martin immer noch von seinen Fans umringt, als wäre er der Tagessieger gewesen. Er war immerhin bester Olchinger. Ja, Erfolge haben Namen. Einer davon ist Martin Smolinski. Und selbst die kleinsten Fans mögen den Smolli. Ein Foto mit seiner Rennmaschine. Da strahlen sie, die Kids. So was gibt es nur in Olching, in der Maxlrainer Arena. So manche Rennbesucher blieb noch in Olching, um sich auf dem Volksfest zu vergnügen. Sie waren von den Fahrern des MSC Olching begeistert. Geduldig stellten sie sich nach der Siegeerung an, um mit ihrem Vorbild Martin Smolinski eine Runde fahren zu dürfen. Runde um Runde drehte der Martin mit seinen jugendlichen Fans. Da kann man auch mal 15 Minuten warten. In aller Ruhe. Der Nächste bitte. Das ist ein Moment. Vielen Dank.